Nach einem über schockierenden Sieg von Boney ähm sieht man jetzt unsere Helden, die stehen vor der Nadel und wir sind viel zu schockiert nach dem... Entschuldigung ich bin auch viel zu schockiert wir sind viel zu schockiert, dass Boney diesen Kampf gewonnen hat ich meine, das ist Boney so, dass sie einfach mal die Nadel nicht zieht und gucken, was so passiert oh, ein roter Teppich wird ausgefahren, wie schön und da kommt der Maskiertmann was macht er? hm ja, was hat er vor, weil er gegen uns kämpft ich meine, wir haben noch Boney shit sie sind alle down okay, ich meine, drei von denen waren eh schon besiegt kein großes Kunststück wenn mehr von uns gelebt hätten, dann wärst du jetzt am Arsch er hat die Nadel gezogen danke, Lukas wer ist nicht so schockiert über Boney Sieg gewesen? Hut hier und da Na, habt ihr eine Tolle hinbekommen? Die sind alle weg und ihr licht so rum. Was soll jetzt, genau, Missy sagen? Hey ihr, wer wollt ihr denn noch schlafen? Hm, das war überraschend enttäuschend. Lukas! Dein Herz war nicht das, was... Was? Your heart wasn't the one passed on the... Dein Herz war nicht das, was in dunklen Drachen übergangen hat. Es war das des maskierten Mannes. Aber es ist nichts, was wir jetzt tun können. Schicksal ist Schicksal. Ja, aber es ist blöd. Okay, das Herz des maskierten Mannes sollte eigentlich von der Erde kommen, weil ich fühle nichts. Ich werde jetzt verschwinden. Also wird Ocho sich um den Rest kümmern. Ich habe ihm beauftragt, dass er auf euch am Strand warten soll. Ihr könnt ihn auf ihm zurück nach Tasmili reiten. Ich gebe euch meinen Rasierer und meinen Lippenstift. Pass gut darauf auf. So, als wäre ich es wäre. Missy's Memento Oh, wartet, ich habe fast etwas sehr Wichtiges vergessen. Könnt ihr dir das Ionia von mir geben? Mh, leckere Gürkchen. Hinter's Midi. Ich glaube, es ist der Map-liebende und Map-besitzende Typ, nicht wahr? Ich glaube, er wird wissen, wo Ionias Haus ist. Also beeilte euch. Bring das zu Ionia. Oh, ich verschwinde. Auf Wiedersehen. Wie sieht mein Status aus? 1 HP, 1 HP, 1 HP, 24 HP. Okay, wir haben ja grüchigerweise noch ein paar Sachen, die wir fressen können. 160 HP. Und 100 HP. Haben wir noch was? Ja, 120. Sie sollen ja hier jetzt nicht alle sterben direkt. Und, äh, PSI kann Lukas noch live up. Ja, dann können wir nochmal Komatora heilen und Boney. Das war's dann. Ja, wir wollen gerne speichern. Verdammt, also wir sollten jetzt Sachen wie Bomben sowas mal einsetzen. Ansonsten könnten wir jetzt sehr schnell passé sein. Ähm. Salz, was auch jetzt was bringt. Specky Weapon, Mrs. Memento. Okay, du musst angreifen. Letten mal die Bombe. Du auch nicht. Panda-Bomb. Bitte nicht zu stark. Bitte nicht zu stark, ihr tut mir weh. Scheiße. Das könnte eine enge Kiste hier werden. Raus da. Ach, verdammt. Okay, ich schau mal, wie wir sieben können. Und wir, ja, wir machen den Klatsch. Und wir, ja, wir machen den Klatsch. Stopp, 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 stopp. Hier ist es rausgekommen. Safe. Und Komatora bekommt Fieber. Soll sie doch. Soll sie doch Fieber bekommen. Wir heilen uns jetzt erstmal in der Quelle. Nicht im Müll. Komatora ist Fieber sick. Brainshock. Omega. So, kann ich nicht nochmal nachschauen, was die ganzen Sachen bringen. Pse, ja, genau. Pse, Pse, which only Lucas can use deals major damage to all enemies. Pse, causing all enemies to cry, can also cause strangeness, paralysis and instant defeat. Have physical damage to all enemies, ja, counter. Reface physical damage to one alley. Pse, Pse, counter, ja. Ja, ja, das habe ich schon so gecheckt. Okay, aber hier sehe ich ziemlich viele komische Attacken. Drains approximately 2 to 8 PP from one enemy. Ah, ich kann damit einfach enemies PP klauen. Cool. Hypnosis, cause enemy to sleep. All enemies paralyzes one enemy, äh, cause enemy to feel strange. All enemies feel strange. Okay. Ah, now I understand. Ah, okay. Oh, damit direkt ausprobieren. Ich meine, ich habe niemals was eingesetzt, wie Brainshock oder so. Oh, Brainshock Alpha. But it didn't work. Danke sehr. Oh, Hauptsache, notisiert uns. Und schläft. Dot, dot, dot. Ja, komm. Geh down. Paralyze is Alpha. Ja, atme mal Feuer. Paralyse is over here. Paralyse is over here. Uh, super, klasse. Yay, mega, immer krass. Ähm. Du machst mal... No, 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 no. PC Magnet Omega, okay. PC Magnet Omega, okay. PC Magnet Omega, wow. The Moncarus didn't have any PP. Uh, wir haben die PP abgenommen. Moncarus, Monkey und Walross. Und ich trage nochmal um. Damit ich mal gesehen habe, wie der rückwärts aussieht. Hey, es funktioniert nicht. Danke. So, Bony leveled. Das ist auch kein Wunder. Ich meine, der hat ja schließlich alleine. Die ganzen Leute für dich gemacht. Der nennt was eben. Boah. PC Jason muss alles töten. Komm mal hierhin. P.K. Freeze. Direkt down. Oh, hier waren wir aber anscheinend schon mal. P.K. Fire. P.K. Fire, okay. Ist übrigens sehr effektiv auf diese Walrosser. Deswegen setze ich es ein. Luxuriöse Bananen, okay. Wir sind anscheinend auf dem richtigen Weg. Ich weiß wieder, wo wir sind. Glaube ich. Dachte ich so bei mir. War aber dann doch nur Fallobst. Ja, kennt ihr diesen Spruch? Bestimmt. Und down mit dir. Ach, zu viel Back-Attacks. Oh. What the hell? Und... P.K. Jason. Komm schon, ich hab keinen Bock mehr auf... Dead... Damage. Ach, schon, weil ich hier... So... Durchschlender... Ja, habt ihr irgendwie ein Problem damit. Ha, sind alle weg, haben die ja schon alle gegessen. Okay, und da wartet schon Ocho auf uns. Ocho, Ocho. Mixolydia hat mir befohlen, dass ich ihr auf meinem Rücken zurück nach das Millie tragen soll. Ich weiß, ich bin ein Oktopus, aber bitte, klettert drauf. Er ist ein Taxi-Oktopus. Und wie sie springen können mit beiden Beinen zusammen. Oh, boi. Ich hab nichts wollen, die ihr euch festhalten könnt. Aber haltet euch gut fest. Seems legit. Und wir schwimmen unter Wasser. Aber lassen wir uns eigentlich nicht einfach ertrinken. Ich mein, dann sind wir doch eh direkt wieder da in Test-Milli. Na, egal. Hinterfragen wir das einfach mal nicht. Hm. Gute Arbeit heute. Yeah. Wir haben heute gut gearbeitet. Wir sehen uns später. Okay, es waren doch nicht nur Maschinen. Sie haben anscheinend doch schon so eine Art eigenen Willen. Da. Nun, dann, wenn ich mich entschuldigt. No, go, go, go. Oh. So, sind wir hier verbrannt? I love the ocean. I love the beach. I want to stay here forever. You want some air and air too? Yes. Die Musik hat sich selbst immer so leise. Also nicht so leise langsam. War das immer so? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube auch nicht. Hey, Alec. Oh, Lukas. So, Leute, was da liegt? The people of Test-Milli. Okay, sie gehen alle in die Big City. Alle Leute hier in der Stadt. Ich weiß nicht, Leute. Oh, wir sind hier immer noch. Was ist? Ich suche nach Ionias Haus. Das ist nicht so nah, also kann ich euch nicht erzählen, wo es ist. Wisst ihr, erinnert euch noch an meine Hütte in den Bergen, wo ihr mich besucht habt? Im Westen davon ist der Agilia-Pass. Von da aus kann man zu Ionias Haus gehen. Hm, ist wahrscheinlich eine gute Idee, eine Map zu nehmen. Ich bin vor einer Minute und Mepsen begegnet. Er sollte hier irgendwo sein. Okay. Mepsen! Da ist er. Yeah, Mepsen. Gib mir was. Ich brauche. Danke, Mepsen. Ich bin der Bürgermeister hier. Was bedeutet, dass ich der Letzte bin, der diesen Ort hier verlässt für die große Stadt? Auch so, ich will wirklich gehen. Ich sollte das miserabelige kleine Stadt in Dunlwur. Oh, Lukas, you didn't hear me talking to myself just now, did you? Ja, er mag diese Stadt nicht. Okay, ich glaube, ich werde dann im nächsten Part, werde ich dann da sein. Also bei diesem Pass. Bis dann und ciao. Ciao.